Mein Name ist Peter Eisenmann, hallo. Ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach man einen Sicherheitshalter in ein vorhandenes TIE-Strap einbauen kann. So, ich baue jetzt den Sicherheitshalter ein. Hier haben wir den TIE-Strap. Man braucht dazu einfach ein Werkzeug, um den zu markieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, schiebe den durch bis hinten hin, mache mir hier zwei Markierungen. Hierzu könnte man auch einen Bleistift verwenden. Man sieht die jetzt hier so. Jetzt kommt die Lochzange dran. Man macht also zwei Löcher mit 4 mm. So, das war also der zweite Schritt. Dann prüfe ich das Ganze nochmal, ob die auch passen. Okay. So, der Sicherheitshalter sollte mit der Rückseite, wo also auch kein Stempel drauf ist, auf der rauen Seite sein und mit der Vorderseite mit Stempel auf der glatten Seite des TIE-Straps. Dann stecken wir die Nieten durch. Zweimal. Eine harte Unterlage sollte man haben. Ich habe hier jetzt eine Stahlplatte. Man könnte auch einen glatten Stein nehmen. Und zu allerletzt braucht man einen Hammer und versucht jetzt hier diese Nieten etwas vorsichtiger anzumodellieren. So, ich zeige es Ihnen so. So, fertig eingebaut ist der Sicherheitshalter. So, ich zeige es Ihnen so. So, ich zeige es Ihnen. So, das ist meine ich. So, ich zeige es Ihnen. So, ich zeige es Ihnen. So, ich Parce. Untertitelung des ZDF, 2020